Im Prozess um Bestechung bei der Dillinger Hütte hat die Große Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts die beiden Angeklagten wegen Preisabsprache, Bestechung und Bestechlichkeit verurteilt. Der Hauptangeklagte Bauunternehmer Baron von S. erhielt drei Jahre. Der ehemalige Leiter der Neubauabteilung der Dillinger Hütte drei Jahre und drei Monate. Beide Verurteilte wollen gegen das Urteil Revision einlegen.